Bleiten! Ich bin über euch. Bleiten! BAMS! Sehr schön! So, erst mal auf. Ja, ja, bleib mal locker Mensch. Bleibst du mal locker Mensch? Danke. Bitte. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnung finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben sie hier. Ich werde sie finden. Kein Problem. Ich versuch's mit dem Funk. Ich seh nach, ob jemand da ist. So. Moin Take. Haben wir hier noch sonst irgendwas Schönes? Das könnte leise ausschalten. Könnte auch noch wichtig werden. Ähm. Nehmen wir den hier. Diesen Schall-Bettering. Okay. Haben wir den ausgewählt? Ja, 7 ist er. Okay. Danke für die Hilfe vorhin. Zentralaufsicht bitte melden. Aber ich hab doch gerade noch, äh... Ich will erstmal Riddlers Rätsel nochmal hören. Dieses Kunst. Schwierig, oder? Ach Gott! Unsere Notizen zeigen, dass eine befremdliche Bitte um Verlegung in diesem Raum geäußert wurde. Wo bin ich denn gerade? Büro von Dr. Yang. Büro des Anstaltsleiters. Dr. Yang. Geheimnis. Das wäre töricht, einen derart bedeutsamen Blick nicht zu suchen. Bist du töricht? Okay, da sind wir offenbar. Unsere Notizen zeigen, dass eine befremdliche Bitte um Verlegung... Hier war doch irgendwo noch ein Gitter. Das habe ich doch gerade noch gesehen. Oh, da habe ich mich verguckt. Doch, da hinten ist es. Das ist kaputt bei diesem Teil. Hallo, ist er ja. Hallo, hallo. Hallo. Oder habe ich mich verguckt? Hm. Ah ja. Das kann auch sein, dass ich mich verguckt habe. Hallo. Hallo. So. Dann gehen wir mal hier lang. Falls jemand uns hört, wir brauchen unser Glück, der Prober. Ist Amadeus verrückt geworden oder war ihm nur schwindelig? Okay. Hm. Kreise. Amadeus ist... Du suchst selbst die Aufzeichnungen, Pets? Na, viel Glück! Äh, der ist Musiker gewesen. Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärztin bearbeitet. Die quetschen die Formel schon aus ihr raus. Okay, dann müssen wir auch mal durch. Das ist... Komm, 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 komm. So. Okay. Jetzt sind wir hier. Da ist eine verschlossene Tür. Das könnte machen wir. Na? Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Batman. Okay, gehen wir mal da oben hin. Will ich denn gerade? Äh, wo bin ich gerade? Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich hab... Das hast du vor zehn Minuten gesagt. Du kannst es ihm sagen. Ich werde es nicht tun. Ich kriege es jede Sekunde auf. Verdammt! Du bist ein Idiot. Joker wird nicht glücklich sein. Und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still. Ich versuch's. Ich versuch's. Du musst... Mir das nicht erklären. Da haben wir ein bisschen... Wer ist hier? Wow. Du wirst bluten, Batman. Lass mich tu, dass er dich schlägt. Du wirst auf dem Boden liegen und... Wo bist du? Kommer! Ich verpackt gleich aus dir! Tramps! Sidewalk kick. Sidewalk kick. Ähm... Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Das bringt mir das, wenn ich die Wände kaputt mache. Äh, was war das Rätsel? Wie maskierst du deine Gefühle und... Wie maskierst du deine Gefühle und... Äh... Ja, ich bin Batman. Spiegel? Haben wir einen Spiegel hier irgendwo? Ah, Moment. Seh ich wieder irgendwas nicht. Da oben können wir rein. Bringt mir das was, wenn ich die kaputt mache? Moment. Seh ich da was? Nein. Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo hin. Okay. Seh ich hier was? Nein. Guck aber noch rein. Ne, kein Objekt geraten. Schade. Hm. Ach. Rasalghul. Über die früheren Jahre des nahezu unsterblichen Rasalghul ist nur wenig bekannt. Und fest steht, dass der Kopf des Dämons, so die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderte dank der Lazarus-Grum überdauert hat, die ihn auf wundersame Weise immer wieder verjüngen. Ra's al Ghul ist ein strategisches und organisatorisches Genie, das sich die Bewahrung der Erde vor ökologischer Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erzbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat. Batman ist in seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Al Ghuls schöner Tochter Talia. Ach nein. So, unbekannt, internationaler Terrorist, Mobilgrün, Grau Meliat. Och Gott, Grau Meliat, uuh. Genialer Denker und Strateger, überragende Kraft und Ausdauer, hervorragender Nahkämpfer mit tausendjähriger Ausbildung, dank seiner Lazarus-Grum nahezu unsterblich. Befindigt eine Legion von Anhängern, die sich der Realisierung seiner Vision eines irdischen Paradieses verschrieben haben. Okay, das Rätsel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht gelöst haben. Ah ja. Gibt es da sonst irgendwas? Ich würde aber da oben, war doch noch mehr. Gehen wir erstmal hierhin zurück. Wie? Hier war doch noch mehr. Oh, Spider-Man ist auch da. Pff. So, hier ist aber... Hier geht es noch weiter. Ah, guck mal. Zack. Ja, da macht Batman direkt einen Freundensprung. Okay, von hier bin ich hergekommen. Gibt es hier... Waren hier noch andere Sachen? Achso, hier war das. Da kam ich her. War hier noch mehr? Nein. Hier geht es nur zurück. Glaube ich. Äh... Kurz gucken. Ja. Hier geht es nur zurück. Whee! Rasa Ghul hat auch in Batman Begins eine Rolle gespielt. Da war er eigentlich der Ausbilder von Batman. So, ging es hier irgendwo noch? War hier noch was? Nein. So, ich frage mich, wie viel Prozent der Spielsicht jetzt schon geschafft hat. Muss ja eigentlich schon ein bisschen was sein, ne? So, wo wir eben... Ach, da oben bist du ich. Genau. Zack. Dann hier oben rein. So. Ach ja, ja gut. Okay. Dann bin ich jetzt hier. Und gehe jetzt hier rein. Whee! Whee! Einmal hier hoch. Und einmal heraus. Wie maskierst du deine Gefühle ohne die Kontrolle zu verlieren? Pfff, was soll ich das denn wissen? Wo bin ich überhaupt? Das ist ja... Finde Dr. Young. Nein, Moment. Ich glaube, das Riddler-Rätsel gilt doch für... Südkorridor, das haben wir. Kannst du einen Verstand wie meinen besiegen? Arkham Archiv, Korridor, Ostflügel. Büro von Dr. Young. Okay. Büro von Dr. Young. Also müssen wir dahinter. Das wird das Rätsel sich erst dahinter lösen. Zieh, zieh, zieh! Ach! So, und rauf. Whee! Hm. Was haben wir hier? Oh! Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist nix. Da ist nix. Okay. Okay.